Was schreibst du da über mich? Und über Richard, dem du nicht mal an mir an das Wasser rechnen kannst. Und Klaus und Paula, dass ich ohne sie glücklicher wäre. Warum hast du das getan? Weil ich nicht dabei war, als du deine tote Katze abgeholt hast! Du hast meine Familie ruhigiert! Übernimm endlich Verantwortung! Ich habe dir genau das gegeben, was du gebraucht hast! Und mich wärst du immer noch verstrickt in dieser sinnlosen Ehe! Was? Du kannst es momentan nicht sagen... Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich! Du brennst mich ins Gefängnis! Ich krieg vielleicht zwei Jahre! Die vergehen wie im Flug! Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne! Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns! Du glaubst, es ist eine Liebesaffäre? Eine Beziehung? Was? Kleine, klebrige Goldständer? Und meine Haare in deinem Tagebuch, ha? Wo hast du die Opier mit denen einer Scheißspinze hat? Mit 2000-Balli-Tabit-Zucht, oder was? Ich weiß nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest! Das ist privat! Wir sind keine Kumpels! KLM-OLANDA航空 952-BIN マドリッド行きのお客様はA10番ゲートよりご搭乗ください Slide slow Pull up Wind shear Wind shear Wind shear Terrain Pull up Slide slow Pull up Wind shear Wind shear Wind shear Wind shear Wind shear Sehr schön! Haha Vielleicht brauchen wir noch ein Mittelding? Ja, eine Mauerung! So! Was was ist denn? Hahaha Hackfleischbärchen in Eizitronensauce! Ich hoffe, Sie mögen Knoblauch, sonst bin ich geliefert! Unbedingt! Jetzt schütten wir nur noch die Soße! Und jetzt schütten wir nur noch... Die Soße in den Auskuss.